Jöö, da wären wir auch schon wieder. Ich lasse das Spiel schon mal weiterlaufen, denn das passiert viel zu wenig. Unsere Masons haben gar nicht die Chance gehabt irgendwelche Blöcke zu bauen, jedenfalls nicht großartig. In dieser Folge wollte ich mich wie gesagt primär dann beschäftigen, hier die Müllpresse hinzubekommen. Das heißt, wir werden nur auf wirklich wichtige Sachen eingehen, wie zum Beispiel das Militär wieder nach Hause zu schicken. Wir müssten jetzt keine Befehle haben, also wieder nach drinnen gehen. Die Müllpresse, also wir haben hier unsere Zone gehabt, wo der Garbage-Dump deklariert ist. Das heißt, die Zwerge werfen auf diese drei Felder anscheinend die Müllsachen. Das ist nicht so praktisch, denn diese drei Felder sind genau die, wo die Brücke aufgehangen ist. Das heißt, wir bauen jetzt diese Brücke hier ab. Das waren zwei Brücken, oder? Es müssten eigentlich nur eine sein, und zwar hier unten. Aber ich glaube damals haben wir zwei Brücken gebaut, weil es mit einer meiner ersten Müllpressen waren. Ich benutze die sonst nicht besonders häufig, also in privaten Spielen. Vor allem, weil ich dabei immer Fehler mache, und denn das ganze Design futsch ist und ich ein ganz neues Fort anfangen muss. Das ist nicht so schön. Ja, also wir versuchen jetzt hier unten die Brücke abzubauen. Dann räumen wir den ganzen Ramschi einmal auf. Also claimen ihn wieder, nur um ihn später wieder zu dampen, damit es hier frei ist zum Bauen und bauen eine neue Brücke. Diese mit der Aufhängung rechts soll nach rechts hochgezogen werden. Ein paar Befehle. Quatsch, ein paar Nachrichten, aber nichts fehlt es. Gut. Also du baust die Brücke ab? Hm. Oh oh, was ist das? Ich will doch meine Müllpresse bauen. Migranten. Ah, okay. Damit kann ich leben. Obwohl, wir hatten eben gerade 180 Zwerge rum. Ich hoffe mal, wir kriegen jetzt nicht mehr als 20 Migranten. Das wäre ja nicht so schön. So, also weiterlaufen lassen. Brücke. Komm schon, baue sie ab. Bau sie ab. So, das müsste jetzt fertig sein. Sehr gut. D, B, C. Türenclaim. Türenclaim. So. Ist jetzt hier immer noch eine Brücke deklariert? Anscheinend nicht. Wir drücken trotzdem mal den Schalter und gucken, ob da noch eine zweite Brücke war. Und jetzt, da wir die hier geclaimt haben, dürften wir eigentlich hier eine Brücke bauen können. Wenn dann irgendwas im Weg ist, wird zur Seite geschoben. Also, B. B hätten gerne... Bridge. Da. G. B. Die soll so groß sein. Und hier steht jetzt, sie zieht sich zurück. Das wollen wir nicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sondern wir wollen... Pfeiltasten. B, A, S, D, X. Raises right. Also, sie zieht nach rechts hoch. Heißt das dann, dass die Aufhängung auch rechts ist? Ich... Ich hoffe, ja. Gucken wir mal. Probieren wir es aus. Im Notfall können wir es immer noch abziehen. Und wir bauen es aus. Wahrscheinlich nicht Granitblöcken, da dazu immer noch keiner herkommen müssen. Jetblöcke. Nö. Das ist doch echt. So, bitte aus Granit. Müsste ja direkt nebenbei liegen. Die Steine hier dürften zum Baum benutzt werden. So, du sammelst die Tür ein, Tür ein. Sehr gut. Also, wir gucken jetzt, ob, wenn der Fall nach rechts zeigt, die Aufhängung auch rechts ist. Das wollen wir schon mal. Und dann müssten eigentlich alle Sachen, die auf diesen Feldern hier sind, zerstört werden, wenn die Brücke runterfährt. Dann ploppt die da quasi drauf und macht alles darunter kaputt. Was ich jetzt aber gerne hätte, wäre hier irgendwas anderes. Weil wir haben die Türen komischerweise da in die Luft geworfen. Das geht eigentlich gar nicht. Da ist keine Platte oder so, wo es drauf liegen kann. Ist das nur bei Türen so? Vielleicht sollten wir gleich noch was anderes wegschmeißen. Die Tür ist noch offen? Ja, ist sie gut. Das heißt, wir lassen jetzt hier die Brücke bauen und schmeißen dann von oben irgendwas anderes runter. Vielleicht Trollsocken oder so. Oh, wir müssen die Brücke natürlich auch noch verbinden. Warum blinkst du so komisch? Achso, wird noch gebaut. Sieht schon fertig aus, deswegen. Okay. Wir scrollen mal ganz kurz hoch zu unserem Eingang. Trudeln da noch Migranten ein? Nein, sehe ich keine. Okay. Aber wo ich gerade hier am Eingang bin? Ja, ich wollte mich nicht ablenken lassen. Aber wir haben ein Problem. Nämlich wir haben zu viele Bäume. Die kommen hier fast gar nicht mehr durch, die ganzen Leute. Und es ist alles Holz. Also hacke ich jetzt einmal hier einen Weg frei. So. Und zurück zur Presse. Dumm, 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 dumm. Runter. Da ist die Presse. Die sieht fertig aus. Und sie ist fertig. Sehr gut. Also, dich verknüpfen wir bitte mit Brücke. Nicht der, nicht der. Oh. Ist anscheinend doch noch nicht fertig. Ich habe die andere Brücke nämlich gar nicht zur Auswahl gehabt. Warum? Ich bin verwirrt. Ah, ist immer noch im Bau. Die blinkt hier oben aber gar nicht. Das ist eine heimtückische Brücke. Sie blinkt nur unten. Und das bestimmt, ist es ein Architekt oder ist es ein Mason, der dann arbeitet? Mason. Noch ein Grund, warum wir keine Blöcke haben. Aber ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass das mit dem Rechtshochziehen funktioniert. Bei dieses Retracts, dann verschwindet die Brücke ja ganz. Aber ja, das Ding muss echt funktionieren. Oh. Ein Mandat ist zu Ende. Mal wieder ein Crossbow verpasst. Das ist nicht gut. Habe ich aber gar nicht hier gesehen. Das muss letzte Folge schon gewesen sein. Ärgerlich, ärgerlich. Aber können wir nicht ändern. Und außerdem, ich meine, Geogren ist jetzt seit der ersten Folge hier der Obermufti. Der ist es gewöhnt, dass nicht immer alles so läuft, wie er es gern hätte. Boah, das dauert mir echt viel zu lange. Gut, du weckst es einfach weiter. Wir gucken mal ganz kurz, wie viele Migranten wir inzwischen haben. Wir haben neun neue Migranten. Das heißt, es fehlen noch elf. Dann passiert was Gutes oder Schlechtes, je nachdem, wie man es sehen will. Oh, bist du fertig? Ja, sehr schön. Also. Einmal verbinden bitte mit. Brücke. Die da. Und zwar mit einem Granitmechanismus und einem Schertmechanismus. So, das müsste es dann eigentlich schon gewesen sein. Und du kannst, wenn du damit fertig bist, das Ganze auch gleich mal hochziehen. So, das dauert jetzt ein bisschen. Er muss hier erstmal das bisschen, ich muss holen, dann verbinden mit der Brücke, dann verbinden mit dem Schalter und so weiter. Das heißt, wir können inzwischen uns ein wenig umschauen. Oh, was ist mit dir los? Hammer-Trupp 1. Du sammelst Ausrüstung auf. Warum sammelst du Ausrüstung auf? Du hast doch frei. Hast du doch, oder? Hier, wo ich keinem Fehler teilt. Inaktiv. Hm. Nö, ich hab nichts zu tun. Komischer Zwerg. Sollte ich auch mal wieder in Danger Room schicken. Hm. Oh, der Schießstand ist unten fertig. Sehr schön. Dann hätten wir noch gerne ein Archery Target. Da. So, und zwar aus Chat. Archery Target aus Chat. Archery Target aus... Jetzt finde ich selbst die Chat-Blöcke nicht mehr. Chat... Ich weiß, ich hab davon ganz viel. Das könnt ihr mir nicht... Ah, da. So, und dann hätten wir acht Schießstände. Das müsste eigentlich erstmal reichen. Zumal die auch nicht alle gleichzeitig trainieren. So. Und wieder runter. Hier wird noch die Boden... Werden noch die Bodenplatten ausgeschliffen. Zurecht geschliffen. Hier ist soweit auch alles okay. Warum steht da noch keine Tür? Das ist doch eine Sicherheitslücke. Es. So. Sehr gut. Pause aufheben. Sonst wird der Arme Mechaniker nie fertig. Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Weil ich würde schon ganz gerne ein bisschen was aussortieren. Also ja, wir könnten es eigentlich so machen, wie es vom Spiel her vorgesehen ist. Über die Händler. Aber das wäre mir viel zu viel Fizzle-Kram. Das würde ich auch nicht on-camera machen, sondern off-camera. Aber selbst dann würde es viel zu lange dauern. Neue Tiere. Aber es ist keine Katze. Also ist alles gut. Und ja, die Workshops muss ich alle auch noch neu setzen. Nee. Müssen wir mal gucken, was wir nächste Folge machen. Also diese Folge war ja quasi... Wo ist der Mechaniker hin? Diese Folge war ja quasi nur für die Müllpresse. In der nächsten Folge könnten wir uns zum Beispiel nur um die Workshops kümmern. Also zog ich hier die Maxens auch neu aufbauen. Die haben momentan ja noch... Ich glaube, hier mit drin. Wo sie nicht wirklich was zu suchen haben. Das heißt, hier könnten wir dann die Mechaniker weiter ausbauen, dass sie mehr Platz haben. Und vielleicht noch Belagerungswaffen. Davon haben wir noch gar nichts. Ja. Das klingt doch gut. Diese Folge noch die Müllpresse zu Ende. Nächste Folge dann... Ja, die Aufhängung aus rechts. Nächste Folge dann die Workshops. Und so kriegen wir nach und nach die Sache auch richtig hin. Als wenn ich jetzt jede Folge ein bisschen da, ein bisschen da, ein bisschen da mache. So. Wir hätten jetzt gerne... Du bist aktiv. Gut. Wir hätten jetzt gerne irgendwas, was keine Tür ist. Zum Beispiel. Am besten nichts, was man aufstellen kann. Blöcke. Ketten. Sachen zum Tauschen. Nö. Ich habe so viele Sachen, die ich gerne wegschmeißen würde und ich finde nichts. Äh... Oh, genau. Wir können oben auf den Friedhof gehen. Das war ja der eigentliche Grund, wo wir das Ganze hier angefangen haben. Und die Sachen, die auf jeden Fall weg können. Die können wir nicht haben. Zähne. Die sollten eigentlich eh unten in die andere Hand. Oh, nee. Wir sollten keine Sachen von irgendwelchen Zwergen zerstören. Ich weiß denn nicht, was damit passiert. Also ja. Jetzt habe ich, glaube ich, fünf, sechs Zähne gedumpt. Das soll uns erstmal reichen. Da müssten gleich die ersten Zwerge angehuscht kommen. Sehr schön. Und ihr müsstet es hier hinbringen. Dann bin ich mal gespannt, wo sie es hinschmeißen. Ob sie es wieder hier oben in die Ecke tun. Und ob es dann auch hängen bleibt oder ob es runterfällt. Flop. Es ist runtergefallen. Sehr schön. Runtergefallen, 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 runtergefallen. Alle sind runtergefallen. Das heißt, die Türen sind bloß nicht runtergefallen, weil sie so sperrig sind. Keine Ahnung. Aber gut. Nächste Phase des Tests. Tür. Zu. Schalter an. Tür zu. Spiel weiter laufen lassen. Und. Gerugon persönlich kommt den Schalter zu drücken. Das muss doch gut klappen. Swoosh. Oh. Zähne sind zerstört. Die Blutreste von den Zähnen sind da geblieben. Episch. Und. Tüch wieder auf. Tüch wieder auf. Tüch wieder auf. Und. Machst du das nochmal? Nö. Jetzt kommt wieder der komische Braun und Zwerg. Und. Tada. Unsere Müllpresse funktioniert endlich so, wie sie funktionieren soll. Schöne Sache. Ja, das auf eine Sache konzentrieren hilft anscheinend. Ja, doch. Äh, ich glaube, ich mauer das hier noch kurz zu. Mauer. Da. Damit, falls mal irgendwas durch die Gegend geschubst wird, es nicht landet, wo es nicht zerstört werden kann. So. Und dann noch eine Tür. Braucht die Wand. Okay, sobald die Wände stehen, bauen wir die Tür da ab und bauen hier eine neue hin. Sieht dann zwar auch ein wenig komisch aus, aber es ist alles ein wenig sicherer. Ich hätte die Brücke wahrscheinlich auch von vornherein einfach länger machen können. Aber ich weiß dann nicht, was hiermit passiert wäre. Nicht, dass dann aus Versehen die Brücke das ganze Teil hiermit rausreißt oder sich selbst zerstört oder sonst irgendwas. Ähm. Aber gut. Das soll das letzte für diese Folge gewesen sein. Müllpresse steht. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann um die ganzen Workshops. Dass das alles ein wenig einheitlicher aufgestellt wird. Also primär die Masons, der Butcher Shop, der Tenner und... Mh. Haben wir unseren Crossbow? Da ist der Crossbow. Genau. Und noch Belagerungswaffen wollte ich einmal aufstehen. Und das sind alles so, dass es einigermaßen einheitlich aussieht. Und hier die Sachen können auch weg. Jo. Also bis gleich. Und hier die Sachen können auch weg.